Ich liebe ja solche Partien, ich hoffe sie auch, liebe Zuschauer. ...einfach stehen lassen. Und jetzt zieht er ab. Cedric Suárez. Gute Stanker. Der Befreiungsschlag. Schade, dass sie jetzt in die Kabine müssen werden. Mit Rouglou. Jetzt sprintet er mit dem Ball nach... Das wird stark gehalten. Und der kommt durch. Und der macht riesige Mötigkeit. Das ist schnitzohrig. Mit Rouglou. Doppelwechsel. Doppelwechsel, das ist mal eine Maßnahme. Der Trainer scheint sich so seine Gedanken gemacht zu haben. Hier ist Jordan Henderson. Versucht es mit einer Hereingabe. Ab und jetzt ist er drin. Józef Belicic. Da ist die Möglichkeit. Das ist das Kordes. Versucht es mit dem Landenschlag. Nutzt für die Chance. Versucht da durchzustecken. Er treibt den Duster. Das ist die Möglichkeit. Es war die letzte Aktion vor dem Abgriff. Das ist doch die Art von Fußball. Wie müssen sie sich neu orientieren? Ein Lupfer. Ja, warum denn nicht? Der kommt durch. Józef Belicic. Der Begriff ist, den müssen sie sauber zu Ende spielen. Versucht da durchzustecken. Und der Hereingabe. Kopfball. Alles ist vorbei. Jetzt geht's Elfmeterschießen. Psychologisch immer ein Vorteil, wenn der erste Elfer sitzt. Jordan Henderson schießt den ersten. Er hat den Gegner ausgeguckt und den Ball gehalten. Gut, jetzt liegt der Ball richtig. Józef Belicic überlegt schon, wo er hinschießen soll. Absolut kein Problem für ihn. Da hat er den Torhüter blitzsauber verladen. Southampton. Derzeit mit einem Tor hinten. Und er kann ihn parieren. Man sagt ja immer, ein Torwart muss einen Elfmeter nicht unbedingt halten. Hier wurde er allerdings herzlich dazu eingeladen. Am Torwart vorbei. Der Ball landet im Kasten. Führung ausgebaut auf zwei Tore. Sie liegen mit zwei Toren zurück. Also wenn der jetzt auch in die Hunde... Eine tolle Parade des Torhüters. Ganz stark erhalten vom Torhüter. Das steht heute ein echter Hexer im Tor. Und jetzt der dritte Schütze des Teams. Stark. Den musste er halten. Und er war zur Stelle. Nur er kann sein Team jetzt noch retten. Wenn er nicht trifft, dann ist das hier praktisch entschieden. Er haut ihn rein. Tiefes Durchatmen bei seiner Mannschaft. Atalanta Bergamo. Mit der Chance, die Führung auszubauen. Er nagelt ihn rein. Und gewinnt damit das Spiel für sein Team. Atalanta Bergamo. Mit einem dramatischen Fotofinish. Eine ganz knappe Kiste. Das war einer. Abschieden uns. Hansi, was hätte ich ohne deine Expertise gemacht? Herzlichen Dank dafür. Es hat wie immer Spaß gemacht, mit dir zu arbeiten.